Ein betrunkener Mann sitzt eines Nachts fast allein an der Bar und kotzt sich vorn auf sein Hemd. Oh verdammt, meine Frau wird mich umbringen, murmelt er resigniert vor sich hin. Der Mann neben ihm bemerkt, was passiert ist und lehnt sich zu ihm herüber. Hey Kumpel, keine Sorge, steck einfach ein Zwanziger in deine Hemdtasche und wenn du nach Hause kommst, erzähle deiner Frau, dass der Typ neben dir dich vollgekotzt hat und dir 20 Euro gegeben hat, um dein Hemd zu reinigen. Völlig betrunken bedankt sich der Mann bei seinem neuen Freund, steckt einen Zwanziger in seine Hemdtasche und macht sich auf den Heimweg. Kaum ist er durch die Haustür gekommen, fängt seine Frau auch schon an, ihn anzuschreien. Wo warst du? Du bist ja völlig betrunken und ein absolutes Desaster. Schau dich an, du hast dich ja vorhin komplett vollgekotzt. Vollbetrunken und lallend erklärte er seiner Frau, Nein, nein, der Typ neben mir hat mich vollgekotzt und mir 20 Euro gegeben, um alles zu reinigen. Schau, hier ist der Schein in meiner Hemdtasche. Die Frau greift in seine Tasche und zieht das Geld heraus. Hier sind 40 Euro drin. Der Mann starrt auf das Geld und sagt, Oh ja, er hat auch in meine Hose geschissen. Und er hat auch in meine Hose geschissen. Und er hat auch in meiner Hose geschissen. Vielen Dank.